Willkommen und heute geht es um das Thema Lieferanten und Produktsourcing. Ihr habt mir Fragen gestellt und eine war die folgende und die möchte ich in diesem Video für dich beantworten. Die Frage war, hey, wie finde ich zum Beispiel Hauser Gadgets wie von AliExpress? Hatte überlegt, aufgrund der niedrigen Einkaufspreise diese mit einem Fulfillment Agenten zu beschaffen? Okay. So, die Frage ist eigentlich ja schon, wenn man sie genau nimmt, eine Frage, wo es so ein bisschen mitschwingt. Vielleicht sind Haushaltsgätscheln das falsche Produkt für den europäischen Markt, wenn wir mal Ali jetzt natürlich wieder hernehmen. Sowieso vielleicht, weil warum sollte man, wenn man selber schon erkennt, dass die Marge aufgrund des Verkaufspreises eher tendenziell gering ist, das freiwillig auch anbieten? Ich meine, diese Frage musst du dir jetzt einfach mal selber stellen. Warum willst du dich bewusst in den Markt reinsetzen, wo du eigentlich schon in der Frage selber sagst, ich weiß, da ist die Marge nicht so gut. Und wenn du mit einem Zwischenhändler, mit einem Fulfillment Sender arbeitest, dann muss man jetzt so ein bisschen genauer differenzieren, was du meinst. Wenn du meintest, dass es jemand ist, der die Ware in Europa zwischenlagert und das Ganze unter dem Dach des Fulfillment packst, dann ist das im weitesten Sinne ja nichts anderes, außer ein klassischer Großhändler aus Europa. So ein bisschen was wie Big Buy im weitesten Sinne vielleicht. Also wenn man jetzt an sowas denkt, kann man das natürlich machen. Das ist klassisches EU-Dropshipping, weil wenn der ja europäisch ist, der Lieferant, der das jetzt vermittelt, dann ist ja Ali und China in dem Moment ja eigentlich schon draußen. So gesehen, also aus rechtlicher Sicht sowieso. Also das wäre ein Ansatz, aber immer noch der Frage, ist es überhaupt zielführend, wenn das Produkt vermeintlich ja gar nicht so lukrativ ist. Und man das ja auch selber schon weiß, es ist irgendwie uncool, es ist nicht so lukrativ. Warum man das dann freiwillig verkaufen will, das musst du dir wirklich die Grundfrage stellen. Und gerade das Thema Gadget ist immer so eigentlich so ein Thema, was ist eigentlich ein Gadget? Ja, das ist so ein Produkt, habe ich mir dann erklären lassen, wo man so kauft, ohne viel drüber nachzudenken. So vielleicht bis 10 Euro, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Die Frage ist, Leute, ich habe das schon mal in dem Video thematisiert, warum wollt ihr alle diese Scheiß, Entschuldigung, aber diese Gadgets verkaufen? Verkauft doch mal, habt doch mal die Eier, Alter, was Richtiges zu verkaufen. Nehmt doch mal ein geiles Sortiment. Ich meine, Küche und so ist ja auch geil, aber es muss doch nicht immer so ein Gadget-Scheiß sein. Gadgets kriege ich im Euromarkt, hier in Spanien, in Deutschland, Alter. Die gibt es schon an jeder Ecke und die ganzen AliExpress-Leute mit 5 bis 30 Wochen Lieferzeit haben natürlich auch Gadgets. Mach doch mal was Geileres. Du hast ja schon erkannt, die Marge wird nicht geil sein. Und ich sage dir gleich schon, so ein Gadget über den Zwischenhänden zu kaufen, der ja auch drauf schlägt, wird wahrscheinlich noch schlimmer die Marge werden. Es wird wahrscheinlich deswegen einfach, ganz ehrlich gesagt, kaum oder keinen Sinn machen. Und wenn wir das uns ehrlich eingestehen, hey, that's the way, dann einfach ein anderes Sortiment nehmen oder das Ganze ein bisschen upgraden. Raus aus der Gadget-Ecke, drinbleiben in dem Thema Küche, Haushalt, aber dafür mit einem richtigen Produktsortiment drangehen. Denn, wie gesagt, das ist ja eigentlich die Situation von EU-Dropshipping. Man sollte Produkte dropshippen, die sich auch lohnen zu handeln. Und wenn du jetzt schon im Vorfeld merkst, dass sich dein Produkt aufgrund des Verkaufspreises nicht wirklich handelt, ohne dass du vielleicht eine Million auf Lager legst oder dir einen Partner suchst, der es wiederum auf Lager legt, nimm dir einfach ein anderes Sortiment, bleib grundsätzlich in der Nische, das ist gut, aber gerade in den Gadget-Stores, wir sehen das immer bei den Tust-Nicht-Shows in einem Sonntag, da ist oftmals so, dass man seiner Nische nicht treu bleibt. Dazu haben wir aber auch schon gesprochen, dass eben das Thema Gender-Store versus Nische ist. Und ich persönlich vertrete ganz klar die Nische, diesen Long-Tail-Ansatz. Also wenn ihr in der Nische bleiben wollt, ist das super, aber bleib in der Nische, natürlich auch die profitabel ist, nimm das Learning daraus selber mit, und wenn du merkst, es ist nicht profitabel, lass es, dann macht es doch gar keinen Sinn, mit der Nische zu starten. Ja, und wenn auch du eine Frage hast zu dem Thema Sourcing, Produkte oder auch Lieferanten, poste mich hier unter dieses Video, es ist versprochen. Ich beantworte dir deine Frage innerhalb der nächsten Wochen hier an diesem tollen Freitag.